Hallo meine lieben Freunde von Racing69, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute Daytona und iRacing in der IMSA Serie, Open Setup, 45 Minuten Rennen mit LMPH zusammen, also Multiclass Racing vom Feinsten. Ist gefährlich, kann im absoluten Carnage enden, kann aber auch sehr, sehr cool laufen. Ich würde sagen, wir starten einfach rein ins Rennen und dann geht's los. 10 Sekunden noch, aber dann starten vorne erstmal die LMPHs, LMDHs, ich glaube die sind schon gestartet. 45 Minuten, 16. Platz, follow car number 39 in the left lane. Yes sir, Jimbo. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 6. Wenn 6 hier in der Rettung auf der Stelle werden, lagert gerne. Oh no, oh was ist going on, come on. Achtung! Achtung, da ist schon Carnage, da ist schon Carnage ohne Ende, Carnage ohne Ende. Ich will einfach nur überleben, ich will, lasst mich bitte einfach leben. Oh Gott, was ist hier passiert? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, es ist immer gleich. Ich lasse lieber alle fahren. Nur überleben Leute, hier zählt im Moment nur das pure Überleben wie ihr seht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. ögerlich ist das Ganze dabei. Was bedeutet, für mich nicht mehr? Kann ich nicht den Zeiten tun? Ich hab die innen, wir halten, es sind ja... Du bist füGInwirdisch. Ja, du bist füGInwirdisch. Überleben, Leute. Überleben. Einfach überleben jetzt noch. Oh, perfect. Ja, thanks to that. I am really special on the train. 14. Platz im Moment. 14. Platz im Moment war 47.5. Sektor 1 ist 0.7 Sekunden. Off the base. Da kommt ein LMDH. Den lasse ich durch. Es ist jetzt das Problem, da wir Multiclass haben, müssen wir jetzt auch ständig noch nach hinten gucken, was da kommt. Das hat uns jetzt natürlich ein bisschen Zeit gekostet, aber gut. All right, Benny. A refueling window will open after 18 minutes. Should close at about 31 minutes. The gap in front is now. Point one. So. So, jetzt mal konzentrieren wieder. Da geht einer an die Box, warum auch immer. Ich weiß, Jimbo. Nice and smooth. Nice and smooth. Nice and smooth. Cha. So. Chao. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hatte diese Budstop-Schekade. 2.6 Sekunden. Ich kann nichts tun. 2.6 Sekunden. 2.6 Sekunden. 3.6 Sekunden. 3.6 Sekunden. 3.6 Sekunden. gut erwischt sehen, ob wir wieder ein kleines bisschen an den Vordermann rankommen Achtung, LMP von hinten das kostet natürlich Zeit ohne Ende das kostet natürlich Zeit ohne Ende kinder Blue flag Okay Benny, there's a faster kart approaching faster traffic approaching Untertitelung des ZDF, 2020 Das war wieder mal gar nicht gut Oh mein Gott Oh mein Gott Wer wird uns jetzt verschnupfen, der Porsche hinter uns? Untertitelung des ZDF, 2020 Warum bremst er so früh hier? Das haben wir auch vorhin nicht getan Ach so? Ach so? Ach so? Untertitelung des ZDF, 2020 Auf Wiedersehen. Off track Oh my gosh A group of faster cars bearing down on you These guys are scrapping for position Left side, clear A group of faster cars approaching Left side, shoot Clear left Clear left Clear left Clear left Clear on the left Clear on the left Faster traffic approaching Left side Clear left side To the right Clear on the right Meine Fresse The guy behind is catching The gap is now 1.1 He's faster than you entering Must stop I know Jimbo You're losing all the car in front The gap is 2.4 seconds The gap is 2.4 seconds You're losing all the car in front You're losing all the car in front Feet 14 There's a faster car approaching Laying Click here Jaclyn Farring canım Half Ten Call Same Anything Al Ich habe ein bisschen mehr Flügel als die anderen, deswegen bin ich im Infield wahrscheinlich immer ein bisschen besser und hier kommt er jetzt wieder ran. Clear on your right. Steig mit dem Basterflasterman Station. Laptime was 46.24. 10, 10, 10, 5 You're gating on the current front, the gap is 2.2 seconds Alright Benny, we've got 10 minutes of fuel remaining There's an incident in, 7 Aaron, you're carrying some damage buddy, what's going on? You're behind us now, on Route 6 On I think there's some real damage though Stick to the plan, don't get intimidated Click at the U, enter engine, keep flying The master car approaching Oh my god Still there, you've got about 5 laps of fuel Hold your line Still there, hold your line Still there Hold your line Still there, hold your line Hold your line, play right Clear V15, keep it together, come on, the race isn't over yet That was at 147.4 You're on the left Clear left Clear right Clear right I'm sorry Clear on the right You're gaining on the current front, the gap No problem das war mein fehler habe ich zu viel gewollt war ich zu gierig ich konnte jetzt der bmw natürlich auch an uns vorbei aber so ist das halt im rennen und der ferrari ja der hat uns schön geblockt ich wollte aber keinen crash riskieren gut erwischt gut erwischt jetzt haben wir ein bisschen windschatten windschatten D-16 Nummer 2, was ist die Schuhe? Ok, Benni, die Tür ist ört. Nr. Eher gut, Rundgärm und Lägen! Rundgärm und Lägen! Lägen! Klass-Lägen, um ich nachschuhen ist, ist die Stadion! . 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 What is he doing? Come on go. . . Also wenn es nach den LMP Fahrzeugen geht, das waren jetzt, das waren das Einzigeck. Müsst mir jetzt nicht eigentlich einen Luftlauf lösen, ne? Oh, ich dünste! Oh, da ist ein Mech. MP-13, es ist ein International Horseshoe, wir sind auf Fumes tonight. Wir kommen in den Pits in den Enden des Lappen, Box des Lappen. Come on, go! Clear on the right. Faster traffic are broken. There's a group of faster cars behind you, they're racing for position. Blue flag. Car on your left. Clear on the left. Clear on the left. Clear on the left. Blue flag. Clear on the left. Okay, Benny. Don't think about the lap times. Just hit each and every apex. That's 20 minutes to go. Very little fuel left. In this lap. Box. This lap. We have about one lap of fuel left. Don't forget to pin this lap for more fuels. Faster traffic approaching. The leaders heading down. Do not move more to interface. Why isn't it messing with me? Where is my man? Wo ist mein Mann? Nein. Ich bin an meiner Box vorbeigefahren. Nein. Und jetzt Box-Shop-Limiter. Ich bin an meiner Box vorbeigefahren. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, Leute. Ich hab meine Box verpasst. Oh nein. Ich hab meinen Mann nicht gesehen. Wenn ich Pech hab, bleib ich jetzt stehen. Dann war's das. So, jetzt passiert natürlich der Scheiß. Oh mein Gott. Wie konnte mir denn das passieren, an der Box vorbeizufahren, Leute? Wir haben das Rennen so gut unter Kontrolle gehabt. Da geht mir der Sprit aus. You're losing on the car in front. The gap is 3.4 seconds. Faster traffic approaching. The lead is heading now. The current line is heading. Watch your speed. Pitbox is early. Be ready. Gauge-Limiter. Wahrscheinlich hab ich jetzt dadurch, dass ich rollen lassen musste, ne Strafe bekommen. Das kommt jetzt wahrscheinlich dazu. Richtig, richtig übel versiebt. Das ist so bitter. Auf clear, conscience. Bitte, 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 keine weitere Strafe. Ich glaube, ich musste ja rollen lassen ohne Sprit. Geht, damit. Ich bin in der Position. Right side. Still there. Hold your line. Still there. Clear right. Clear. Right side. Oops. Sorry man. What are they doing? Ey, wir haben es überlebt. Aber das ist natürlich... Aber wir haben natürlich durch diese Durchfahrt tierisch viel Zeit verschenkt. Was eine Aufregung, Leute. Aber ich glaube die Position stimmt nicht, die angezeigt wird. Weil ich muss erstmal über Start über Ziel fahren. Ich bin in der Beirut. Ich bin in der Beirut. 15 Minuten. Aber ich bin in der letzten Zeit. Und ich bin in der letzten Zeit. Und du bist am Ende. Okay, Benny. Es ist ein schneller Auto zu steigen. Er ist der Klasseleiter. Der schneller Auto kommt auf der Weg. Und jetzt kriege ich einen Inzidenz-Points. Verdammt. Der ist der Klasseleiter. Der ist der Klasseleiter. Muss das unbedingt hier in der Kurve sein? Der ist der Klasseleiter. Drei Inzidenz. Blöd. So. Ruhig jetzt. Wir sind immer noch. Auf. Bin ich denn überhaupt? 13. So. Wenn wir das so nach Hause fahren. Sind wir völlig. Und. Völlig klar. Mit allem. Keinen weiteren Inzidenz-Points. Das macht auch 45 Minuten noch ein Safety-Rating. Ey, die kennen aber auch keine Gnade, ne? B, die двиг Ihr 99ig ist Jahrhundert. Drei Geräusche, und collaboratively Onto Ent supported. Die fahren als hundre petrol. Das macht auch ... Mige Ab 증ensationale. Die gebirge mit der Macht COM- meine swing. Der Kollatpantiel kommt mir schnell im Ohr richtig. Die Danvers теперь. . 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 Nein! Oh come on! Es kostet halt Zeit ohne Ende, wenn die so an dir vorbeigehen. Ein Handschuh geht auf. Let's go! Come on! Gap in front. It's a faster-class car behind. So nix neues. Oh, der ist ja schön bunt. Guck mal, das hat jetzt wieder fast eine Sekunde gekostet, das Auto vorbeizulassen. Das Problem ist nur, die drängeln derartig, ne? Wenn du keinen Platz machst, rammeln die dich auch weg. Und das wollen wir nicht. Du musst dich nachbremsen jetzt. Jetzt wird mein Incidents Point gesammelt. Ich brauch mal wieder eine freie Runde, so eine einigermaßen freie Runde zumindest. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Faster traffic approaching. Go left. Go left. Go on. Go on. Go on your left. Clear left. Clear on the left. Okay. Let's go. Go on. Go on. Alright, guys. Thank you for the first. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, mein Bad. Ja, wenn du hier bist. Ich bin Juni, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt nicht mit dir. Hey! Komm, Audi, in front of me. Du bist überlappet. Komm, Audi, in front of me. Ten minutes, a few remaining. Not sure what that was, but... The gap behind is now in 13 seconds. Okay. Interessiert dich nicht. Okay. You go to that part, let's refuel. Okay. Clear left. Clear left. Clear on the left. Push, 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 or we'll lose this place. Okay, Benny. Wow. Achtung, LMPH. Alright. Clear. 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 Ja, ja, ja. We've just done a 147.8, Sektor 1 is 1.4, off the base, 2 minutes to go, 2 minutes. The car in T1, just set for fast for class, 44.915. You are not so clever, eh? There's a group of faster cars bearing down on you. Faster traffic approaching. Music playing and bitcoin play on the ground. The rain manages to move it in 3 hours and air-kabo stones. The water usage is a left-up level. The water usage is completely Spanish. илиüz – plugors ear над prophets emperors, the water hu e fensacak, I assume the water isichtet. 2.8 Sekunden 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 2.8 Sekunden